Tag, ich wollte mal fragen, ob die... Sind gerade fertig geworden. Hier, kicken Sie mal. Ist jetzt so okay? Sehr schön. Was macht das? Ah, zehn Scheiben Fleischwurst mit Bärchengesicht. Gib mir 150 Schleifen, dann ist es okay. Danke. Ah, die Bärchenwurst ist schon fertig. Kann ich Ihnen da vielleicht direkt fünf Scheiben von abkaufen? Meine Tochter lebt die Dinge. Ähm, ja, gerne. Warum nicht? Also ich habe jetzt nichts zum Wiegen dabei, aber... Sag mal, fünf Scheiben, zwei Euro. Fünf Scheiben, zwei Euro, das ist aber teuer. Ach so, äh, ja gut, Sie haben ja auch einen Spezialpreis gemacht, also... Sag mal, diesmal sind die Scheiben umsonst. Das ist aber nett, danke. Ich muss zurück in den Laden, Kundschaft wartet. Tschüss. Tschüss. Und einen schönen Tag noch. Tschüss. Boah, die arme Sauerkappi hört, der muss die Fleischerei zumachen. Echt? Da sind doch immer Leute drin, wieso? Keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.